Job I didn't know and that's not good at all. I get my bag, I go out. Jemand, der anonym bleiben möchte, hat dem YouTuber SK BB's Beauty Palace unbearbeitete Stimme von ihrem Song How It Is geschickt. Ob dieser Leak echt ist, ist unklar. Der Leak kommt wahrscheinlich ursprünglich laut SK von einer bekannten Persönlichkeit. Dieser Leak hat dann anscheinend die Runde gemacht und ist am Ende bei SK gelandet. Ich möchte nochmal betonen, SK selber weiß nicht, ob diese Aufnahmen echt sind. Mit Autotune kann man eine Stimme schon relativ stark verbessern. Andersrum kann man denke ich auch Bibis Stimme so bearbeiten, dass sie schief und schräg wie hier im Leak ist. Was denkt ihr? Ist das ein Fake? Schreibt's in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. My life ran quit, I'm almost...